Hallo Leute und damit herzlich Willkommen zurück zu RAV! Schön, dass ihr wieder reinlohnst. Ich mache mir gerade noch mal einen Smoothie, damit wir jetzt weiter auf Varuna Point da unten tauchen können. Ganz geschmeidig. Und ich weiß jetzt, wo es weitergeht. Das ist schon mal ein sehr schöner Anfang heute für die Folge, dass ich nicht so verpeilt herumtauere. Und du kommst bitte wieder in die Kiste rein. Vielen Dank. So, Wasser habe ich alles. Ich habe, ich weiß gar nicht, mit dem Bogen und so. Wie ist denn das hier eigentlich? Habe ich noch einen Peddo? Anscheinend nicht. Seil. Oh, wartet mal. Das könnte noch, könnte gerade noch so reichen, weil ich habe nämlich, wie es der Zufall so will, das noch mal bekommen. Und somit kann ich mir noch mal einen Bogen bauen, zur Sicherheit. Nehme ich mir gerne noch mal einen mit. Und dann fühle ich mich auch ein bisschen wohler. Taschen sind wieder leer jetzt. Das ist sehr schön. Da kann ich wieder ein bisschen luden, Leute. Und... Wollte ich noch irgendwas? Stopp. Genau. Ich wollte noch mal ganz kurz, nur damit wir es noch mal gesehen haben. Die werden sich auf jeden Fall verbrauchen, weil hier, weil man die übereinander stapeln kann. Das ist so geil eigentlich. Okay. Schön mit der Marede noch im Inventar. Okay. Ist es schließen? Was willst du schließen? Die Tür oder was? Stell dich noch mal hier hin. Das ist doch wieder perfekt für ein neues Bild, wo ich meinen Kopf rein photoshoppe. Okay. Danke. Sehr geil. Okay. Ich würde mir aber trotzdem, wenn ich ehrlich bin, das Taubergerät erst mal wieder anziehen. Denn so geiles Licht macht die leider nie. Aber es ist ein schönes Detail wieder vom Spiel. So, lieber Hai. Ich würde dann mal eine Runde tauchen. Wie sieht es aus? Okay. Der wird mich jetzt natürlich wieder bekommen. Ich würde sagen... Schade. Bitte schnell da runter. Da sind jetzt die Quallen weg. Aua. Danke. Für gar nichts. Du Sau. Da hinten kann ich wieder Luft holen. Und da ist das G wieder. Und geht, sagt mir ja ganz deutlich. Da geht es weiter. Okay. Hier ist es im Allgemeinen sehr dunkel drin. Deswegen ziehe ich mir natürlich die Lampe wieder an, Leute. Okay. Okay. Sauerstab ist voll. Und weiter geht es weiter, Leute. Da sehe ich schon Lut. Was bist du? Ein Bohrer. Alles klar. So, was brauche ich denn jetzt noch? Ich brauche jetzt noch den Schlüssel für den Lagerraum. Für das Großlager. Und den Kranschlüssel. Was bist du? Oh! Oh, Leute. Das ist so ein Fallenparcours. Seht ihr das? Ich bin auch schon in die erste reingedappt. Hier die Seile, oder was? Okay, das ist ja richtig fies hier. Okay. Okay. Okay, da muss ich jetzt bisschen genauer gucken. Hier, oh Gott. Hui. Scheiße, ich habe sie noch abgekriegt. Ähm. Ist hier noch ein Saal? Alter. Wo ist denn das Saal dazu? Moment mal. Uh. Okay. Erstmal kurz in die Ecke retten. Okay. 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 Darauf erstmal einen Trink. Um das zu frozen. Okay. Also. Die eine Falle habe ich gar nicht so verstanden gerade. Ach du Scheiße. Oh, oh. Ähm. Oh, oh. Ähm. Oh, oh. Oh, oh. Ui. Okay. Jetzt hier hoch wahrscheinlich. Ne? Achtung. Seil. Party. Ganz vorsichtig. Und einmal hier hoch bitte. Oh, das ist ja richtig fies hier. Okay. Was ist da der beste Weg? Hier durch jetzt? Oder wie? Oh Gott. Oh. Kurzen Moment. Ich guck nochmal. Oh. Was ist? Wo ist denn das Ding? Was mich? Oh. Was denn? Wo denn? Ach da hinten in der Ecke das Ding. Oder wie? Das ist ja fies gemacht. Kann ich hier einfach durch? Okay. Das ist ja fies. Äh. Oh. Oh, oh. Oh Gott. Wie soll das denn gehen? Gut, dass ich jetzt hier Seile dabei habe. Also Seile. Was erzähle ich denn schon wieder? Hier Heilsalbe. Heile Heilsalbe. Gib mir die mal. Ähm. Das ist ja jetzt. Oh Gott. Uh. Da durch. Okay. Und jetzt wirst du wahrscheinlich hier runter, ne? Jetzt hier ein Seil. Uh. Okay. Alles klar. Und da unten sehe ich einen Bauplan. Achtung aber. Jetzt nicht sofort gleich dahin rennen. Wie so eine wahnsinnige. Sieht Dave aus. Geil. Was bist du? Großlagerschlüssel. Ah, geil. Und noch ein Hinweis. Und dich hätte ich natürlich gerne. Fortgeschrittener Scheinwerb. Ach geil, ich kann mir den jetzt auch bauen. Moment mal. Okay, jetzt hier hoch, ne? Okay, ich kann mir jetzt einen Scheinwerber bauen. Den ich aber als Equipment anziehen kann. Ich dachte, das ist was für die B ist, so gesagt. Aber. Das hätte ich gerne. Oh, und da ist ein Tresor, Leute. Wie kannst du das aufnehmen? Geil, da ist sogar auch Leder drin, Leute. Ja, dieses vergammelte Zeug würde ich jetzt übrigens mal raushauen. Ich weiß wirklich nicht, wozu ich das gebrauchen kann. Warte mal. Wie? Wie? Das ist jetzt richtig Alarm, oder? Was ist denn das für ein geiles Kistenparadies hier? Das ist ja Hammer. Geil. Gut, kriegen wir noch alles mit? Ja. Ja, geil. Ja, richtig Hammer. Und schon ist das Inventar wieder voll, ne? Okay, ich würde sagen, Speichern. Und hier geht's höchstwahrscheinlich weiter. Die Frage ist, komme ich jetzt hier hoch? Yes. Weil ich will ja jetzt wieder hier raus, ne? Damit ich zum Großlager komme. Das habe ich ja Gott sei Dank schon gefunden. Okay. Ja, klar. Das ist jetzt eigentlich relativ eindeutig. Und zwar, das ist das Geile, dass ich am Anfang schon auf den Kran hochgeklettert bin. Und auch, wie gesagt, das Großlager, die Tür schon gefunden habe. Weil ich jetzt in dem Moment gerade merke, dass es doch alles nicht so umsonst war. Weil ich genau weiß, was zu tun ist tatsächlich. Und das ist natürlich fies jetzt hier. Okay, ich spring jetzt hier einfach direkt rein, oder? Yes. Und wollen wir noch mal ganz kurz die Taschen auslernen, Leute? Ich weiß, es nervt so ein bisschen. Aber ich mache das immer ganz gerne mal. Denn bist du eigentlich da, wo dein Floß sein soll? Nee, nicht wirklich. Geil. Okay, jetzt geht es ja Schlag auf Schlag hier, Leute. Wo ist der Hai, bitte? Da hinten. Ja, oh, scheiße. Ich dachte, ich komme mit der Welle aufs Floß. Okay, du bist voll. Zieh mal bitte die Stirnlampe aus. Damit wir uns die noch ein bisschen aufsparen. Sehr geil. Okay, wir machen ganz schnell, Leute. Ich beeil mich. Du raus. Palmblätter oder irgendwas. Nope. Wir können den Bauplan schnell erforschen. Tatsächlich zuverlässig und mit hervorragender Akkulaufzeit. Nice, ey. Aber, ihr seht es schon. Ich brauche dafür natürlich wieder Titan, ne? Ist klar. Schade, schade. Okay, das alles raus. Du raus. Du raus. Okay, die Kisten füllen sich wieder, Leute. Ja. Noch irgendwas für hier? Nö. Wo hatte ich den Biokraftstoff? Habe ich jetzt wieder ein bisschen was? Das ist natürlich auch nicht schlecht. Okay, das Holz. Du noch raus. Leder ist sehr geil. In puncto Rüstung. Das würde ich jetzt auch mal rauslegen. Da habe ich dann noch mal was zum Impetto. Den haben wir ja jetzt erforscht. Das heißt, der kann weg. Zack. Die olle Melone nochmal raus. Zack. Und dann mache ich mir jetzt tatsächlich nochmal ein bisschen Heilsalbe, Leute. Die konnte ich ja nie, weil der Honig benötigt wird. Und den würde ich mir ehrlich gesagt gerne aufheben. So. Das passt auch. Sehr geil. Fantastisch. So. Dann noch einmal kurz. Geil. Und ich liebe das, wenn man direkt kleinen Samen wieder bekommt. Dann muss ich nämlich nicht zur Kiste rennen. So. Du hast gewässert. Dann gucke ich bei euch natürlich gerne nochmal. Bei euch alles okay ist. Sieht gut aus. Und dann können wir eigentlich nochmal den neuen Tag starten, Leute. Und dann gehe ich nämlich nochmal pennen jetzt. Damit es wieder hell ist. Nicht, dass das da unten uns irgendwas bringen würde, aber einfach fürs Gefühl. Okay. Guck mal. Du kannst ja jetzt zum Beispiel dir den mal reinballern. Dann trinkst du da nochmal einen Schluck. Kannst die Jungs wieder reinnehmen. Und ich würde sagen, wir machen wieder los, Leute. Einmal noch kurz gespeichert. Tauerequipment ist an. Achso. Ich habe ich diese Kokosnüsse. Wartet. Kurzer Moment. Die haue ich noch schnell raus. Jetzt. Natürlich die Kokosnüsse mitgenommen. Doch, da warst du schon richtig. So. Perfekt. Und da habe ich jetzt noch so einen ollen Steinpfeil. Muss ich jetzt auch nochmal rauslegen. Okay, jetzt aber, Leute. Auf geht's. Großlager finden. Müsste hier auf dieser Seite sein. Hi, lass mich am besten jetzt einfach mal in Ruhe. Ich glaube, es war relativ hier unten, ne? Wenn ich mich recht erinnere. War es nicht sogar das da unten schon? Irgendwo hier? Geh. Ist hier auf jeden Fall wieder am Start. Was ist denn hier? Ja, Leute. Ist ja genial, oder? Bäm. Da bin ich. Ach, ja je. Okay, jetzt wird es wieder verwinkelt hier. Da ist ein Geh. Für. Es geht weiter. Geh. Für. Es geht weiter. Kann man sich sehr gut merken. Kurz hier oben gelunzt. Da ist nichts. Okay, dann gehe ich tatsächlich den direkten Weg jetzt. Oh. Da ist wieder so ein Freund von mir. Also, wer weiß noch nicht, dass wir Freunde sind. Scheiße. Wobei geschossen. Ja, ja. Mach du nur dein Ding. Ja, ja. Vielen Dank. Äh, wo bin ich? Wartet mal. Da wollte ich noch gar nicht hin. Wie geht es jetzt hier wieder hoch? Wo bin ich? Bin ich jetzt hier irgendwo reingeklitscht? Äh, Leute, wo bin ich? Scheiße. Okay. Ich schwimme erst mal weiter. Äh, Sauerstoff wäre jetzt ganz geil. Da ist es. Sehr schön. Fantastisch. Alter. Shit. Und den letzten noch. Sehr geil. Ach, der gibt mir sogar ein bisschen grünen Kleber, merke ich gerade. Ist ja auch ganz geil. Ah, jetzt weiß ich, wo ich bin. Das ist der andere Gang. Ganz unten. Und was geht hier eigentlich ab? Yes. Aua. Oh! Alter, was ist das denn? Ach du Scheiße. Vor allem ist da hinten ein Sauerstoff-Gedankenspiel. Aber ich wollte eigentlich auch abhauen, wenn ihr versteht. Warte mal, ich hätte ja gerne nochmal den Koffer hier. Ähm, Moment mal. Ist das jetzt ein Boss-Fight hier? Ist das jetzt ein Boss-Fight hier? Komme ich hier eigentlich raus? Tatsächlich. War das schon die ganze Zeit offen hier? Ne, das ist jetzt erst aufgegangen, oder? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Da ist jetzt halt einfach mal ein Boss-Fight dahin, oder wie? Was ist denn hier? Ist mit dem... Aua. Okay. Autsch. Ich glaube, ich mache dem Kind Schaden, ne? Ich sage es ungern, aber... Ich nehme mal den Bogen weg jetzt. Was macht denn der genau? Oh! 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 Der rammt! Rammattacke! Ganz fiese! Kann ich den irgendwie abstotten? Sauerstoff? Riesenproblem hier unten jetzt. Gott sei Dank, ich habe noch ein bisschen Taucher ausrücken. Kommt denn der raus? Hier. Ähm... Oh! Oh Gott! Kommt der? Macht der hier irgendwas? Ne, ne? Scheiße! Ich brauche Sauerstoff, Leute. Und ich bin halt super langsam hier unten. Aua! Alter! Scheiße! Ich habe keine Schwimmflossen mehr, ne? Okay. Ich gehe jetzt noch mal kurz hier raus. Alter Schwede! Ich bin ja super langsam. Okay. Die letzte Ausrüstung, Leute. Okay. Ich brauche eigentlich auch noch mal Heilsalbe, ne? Scheiße! Jetzt muss ich mich beeilen, ne? Okay. Kannst du die auch noch mal verwenden? Ja. Okay. Ich muss immer warten. Okay. So ganz raffig ist es gerade noch nie, was der von mir will. Hey, da bin ich langsam. Oh, jetzt macht der wieder irgendwas. Alter! Das ist ja übel und nervig. Okay. Okay. Kann ich mich hinter den Säulen retten? Jetzt macht der wieder irgendwas. Ja! Geil! Okay. Cool. Und jetzt? Nimmt der da so Schaden? Benötigt explosives Fass. Ja, danke für die Info. Da unten sind die Fässer. Sauerstoff bitte. Okay. Das ist ja schon ein bisschen stressig, ne? Ach du Scheiße. Ich kann ja auch überhaupt nicht vor dem abhauen, ne? Ich habe ja gar keine Chance. Und wisst ihr was mich super nervt? Dieses langsame Getauchen! Ich will doch einfach nur schneller tauchen, bitte! Komm! Wo ist denn der? Hier bin ich! Hallo! Boah! Okay, jetzt muss ich die nächste Säule andotzen lassen, ne? Von ihm. Wo kommt der raus? Der Griebel? Oh! Oh! Ach du Scheiße! Hinter mir bestimmt, ne? Wo ist denn der? Hi! Komm hinter! Wo ist denn der jetzt? Was? Kommst du mal raus, Alter? Das ist doch voll die Verarsche! Wo ist denn der? Hä? Jetzt kommt der nie, oder was? Was ist denn das für ein Schwein? Wo ist denn der jetzt? Hi! Komm bitte raus! Hier ist auch Sauerstoff! Okay, ich geh mal hier hinter jetzt! Vielleicht hat der Bock hier mal rauszukommen! Wo ist denn der, Leute? Der ist weg? Für immer, oder was? Hallo! Hi! Was ist denn das, bitte? Okay, ich hab keine Ahnung! Muss ich mir eine spezielle Säule aussuchen? Wo ist denn der? Der macht mich irre! Muss ich den irgendwie anloggen? So viele Fragen schon wieder! Hallo! Hi! Komm doch mal bitte raus! Okay, ich raff's nie, Leute! Und ich verbasele hier meine komplette Ausrüstung! Und ohne Flossen, ne? Ist das richtig nervig! Okay, ich resette jetzt nochmal! Ich weiß nicht, ob das irgendwas bringt! Hä? Hä? Okay, keine Ahnung, was hier abgeht! Wirklich näher! Okay! Warum kommt denn der da jetzt nicht mehr raus? Der war doch gerade hier! Hallo! Hä? Hä? Aufnehmen! Muss ich das in der Hand halten? Leute, der ist weg! Was ist denn das? Oder hab ich den jetzt schon besiegt? Stimmt, ich könnte mir die eigentlich auch schon mal neben die Säulen stellen in der Zeit, ne? Oh ja! Leute, ist das jetzt schon wieder ein Bug? Das ist ja übelnervig! Gib mir das! Ich stell mir die jetzt schon mal neben die Säulen, bis der hier kommt! Der kommt nicht mehr, ne? Aber die Mucke sagt mir ja ganz deutlich, dass es hier noch weitergehen soll, oder? Muss ich den suchen? Oh Mann, äh! Super nervig! Sorry! Wo ist der? Ist das so ein Feiglegen? Der hat einmal so ein Fass abge... Ich schwimme jetzt hier rein! Hallo! Oh Gott! Wo sind denn sie bitte? Das ist doch nicht normal, oder? Also ich sehe ja vier Säulen, das heißt, ich habe das Gefühl, ich musste es noch dreimal machen. Aber der kommt doch! Da ist er doch! Hallo! Ach, ich muss die Ebene wechseln, Leute! Das ist ja fies! Oh mein Gott! Ach, du Scheiße, Leute! Oh, scheiße! Das konnte ja niemand ahnen, dass das so scheiße ist! Haha! Ja, super, ey! Das ist ja fies, ey! Hier bin ich! Kleiner Hai! Yes! Gut! Achso! Oh! Scheiße! Das Ding ist noch gar nicht durch! Okay, stell dich schon mal ab! Oh Gott! Sauerstoff! Komm, lass mich nicht entstehen! Komm, komm, komm! Okay, nee, es geht nur einmal! Scheiße! Oh, jetzt kriege ich noch mal einen ab! Dort! Okay, Glück gehabt! Hallo! Hier bin ich! Scheiße! Er kommt! Ja, aber wo kann ich denn jetzt den, das Ding reinschmeißen, Leute? Die sind ja noch gar nicht richtig kaputt jetzt hier, ne? Scheiße! Oh mein Gott! Sauerstoff bitte her! Danke! Du Schwein! Okay, ich müsste eigentlich auch mal eine Stirnlampe aufziehen, ne? Sorry, Leute! Kann ich den jetzt nochmal anders triggern? Dass der das hier oben mal jetzt kaputt macht? Juhu! Hi! Juhu! Der macht jetzt hier nix mehr? Jetzt! Hammos! Geil! Oh, fuck! Ist das stressig, Leute! Okay! Okay, jetzt wird er mich einmal kriegen wieder! Ich brauche eigentlich Luft! Komm! Komm! Mach dein Ding! Yes! Okay, kurz Sauerstoff! Uh! Er war doch gerade Sauerstoff! Oh Gott! Oh oh! Oh oh! Oh oh! Oh! Ich will nicht sterben! Wirklich nie! Oh Gott sei Dank habe ich mir die Dinger mitgenommen! Gott sei Dank! Wo ist der? Hier! Hallo! Hi! Yes! Oh fuck! Oh fuck! Scheiße! Sauerstoff wird gleich ausgehen! Oh fuck you! Ah! Schnell da rein! Okay! Okay! Jetzt hast du da noch eins! Ähm! Drei! Drei! Oder ist jetzt schon wieder Ebenenwechsel? Kann sein, ne? Oder? Ja! Sieht ganz danach aus! Okay! Okay! Einmal nochmal kurz Heißsalbe reingeballert! Okay! Wird ein bisschen länger heute! Ähm! Würde ich gerne zu Ende machen! Muss ich jetzt noch eins höher! Ach du Scheiße Leute! Das ist ja hart! Okay! Hier ist... Alter Schwede! Du Schweinerei! Okay! Und was ist jetzt natürlich das Problem? Jetzt ist meine Sauerstoffflasche leer, ne? Oh no! Oh no! Oh no! Schnell! Gib mir doch Sauerstoff! Oh no! Oh no! Och! Man kann doch irgendwie ein bisschen ausweichen! Aber auch nur ganz bescheiden, ne? Oh! Junge! Du nervst! Wo kommst du raus? Her komm! Wo ist er? Oh! Ey! Das ist ja übel fies! Wie soll man denn das schaffen, ey? Mit dieser scheiß Ausrüstung! Sorry! Alter! Jedes Mal... Ich hab grad den Rhythmus in die Leute, ne? Ich muss es jetzt eigentlich erstmal schaffen, dass der hier oben ran totzt! Aber jetzt geht mir halt der Sauerstoff aus ständig! Es nervt! Komm! Da ist er! Hallo! Hallo! Hier bitte! Hier bin ich! Bitte einmal ran totzen! Yes! Und das reicht aber leider nicht! Man muss es nochmal machen! Schnell! Wieder hoch! Wo ist er? Hinter mir! Oh Gott! Oh Gott! Okay! Einmal muss ich jetzt im Blick... Hallo! Ja! Yes! Oh! Dreimal muss ich das machen! Scheiße Leute! Das ist natürlich hart, ne? Das ist hart! Kann ich jetzt hier eigentlich mal speichern? Schon ganz geil! Hinter mir wieder! Hinter mir ist der Griebel! Oh! Wie der mich immer wegtotzt hier, ne? Oh! Dieses langsame Getaure! Es macht mich irre! Es macht mich Stress so sehr! Ja! Ja! Passt schon mal neben! Rein da! Sauerstoff bitte! Jetzt werde ich einmal weggedotzt! Schnell! Schwimm! Schwimm! Ja! Hinter mir! Vor mir! Ich habe keine Ahnung wo der Hai ist! Ja! Hallo! Hi! Ja! Komm! Komm schon! Okay! Er kommt! Yes! Oh! Okay, Leute! Ich sage für heute Tschüss! Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder! Und wir gucken dann, was hier abgeht! Ich sage bis bald, Leute! Bei Raft! Macht's gut! Tschüss! 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 Tschüss!